so happy birthday an alle die heute geburtstag haben und willkommen zurück wollte ich einfach mal sagen habe ich tatsächlich in meinen paar folgen die ich bis jetzt aufgenommen habe noch nie erwähnt an alle geburtstagskinder heute am tag xy welcher könnte denn heute sein 18 20 22 vielleicht wenn ich jetzt richtig hoch rechnen könnte der 22 sein so ja das dazu habe ich auch abgehakt auch schon wieder ein tier ja komm dann hauen wir dem ich hoffe es kein bär ist es sind drei bären natürlich ein glück ja niederlage aber eine die sofort unterschreibe wow gut so objekt fertigen wir haben zu fertigen noch diese zwei sachen munitionspresse labor und wieder sind wir an dem punkt wo ich metall brauche gut dann aufrüsten gucken wir mal also ganz ehrlich ich scheiße jetzt ein bisschen aufs metall kralle da unten zieht ihr mal was an und rüste auf nylon schade so wenn wir erstmal das haltbarkeit und dann mal wieder stand wir rüsten jetzt hier einfach alles auf jawohl morgen hast du metall dabei vielleicht brenner nö oh sehr ernüchternd ist das ja sehr sehr ernüchternd ähm batteries da muss ich tatsächlich lügen naja nehmen wir motors haben wir kunststoff können wir immer nehmen und das war's so dann einmal hoch und was für eins war da irgendwas für eins irgendwas was war hier komm ein roch nee rohre nehme ich nicht leder ist auch so zwei ganz ehrlich eigentlich könnte es mir auch relativ bockwurst sein hier kommt einmal sand so ab dafür anscheinend aber die richtigen teile um mein system zu verbessern ja ich hab mich ja gefragt welchen tag haben wir nicht 89 super tag 89 so erstes system verbessert gut dann machen wir gleich nochmal widerstand danach und durchsuchen halt nicht weglaufen hör auf geht zurück äh großes haus ja oh super dieses schlosserset ist so mördergut ich verrasche eigentlich echt muss ich alles hier lassen also nahrung nehmen wir definitiv mit kaum was wolle holz ich hab 30 holz im bisschen zu hauen nägel haben wir auch nur noch 13 okay dünger nehmen wir auf jeden fall mit fleisch ach so ja stimmt weil ich den den vogel da den den wolf nicht den vogel den wolf getötet habe ja komm scheiß drauf holz muss ich mitnehmen würde ich mir selber vorwürfe machen wenn ich holz nicht mitnehmer so aufrüsten schade scharniere haltbarkeit nylon nee das machen wir ja gerade das wäre das nächste können wir leider nicht mehr machen dann so können wir hier noch was aufrüsten jo ja und genau morgen timothy mhm oh mhm super super zack unterleben ist hart so durchsuchen du rüstest auf was machst du jetzt was machst du denn was macht der typ gerade wir lassen das mal durchlaufen kurz er ist sowieso ein bisschen müde muss ich sagen können wir einfach mal ja nehmert ich muss mal sauber so dann ziehst du mein schutzanzug an naja sehr gut oho oho ein scharfschützengewehr oho haben wir das schon eieieiei jetzt wird es ja oh das ist ja bitterböse was wir hier gerade alles einsammeln ähm das fliegt raus medal nehmen wir mit tierfett bleibt hier das nehmen wir mit das fliegt raus die nehmen wir auf jeden fall mit kunststoff kunststoff äh ganz ehrlich spielzeug haben wir genug die nahrung nehme ich natürlich auch mit also die wird definitiv nicht hier bleiben boah vier okay so die kleine ist ein bisschen durstig Tag 90 ok yeah it's oh die dinger sind verwirkt scheiße kann man die noch gießen ja sehr schön wächst super elizabeth gut gut ja aber nicht gut genug so dann reparieren wir noch ein bisschen was 53 repairn 52 repairn äh 52 repairn 70 repairn kack katze hat schon wieder hunger laura aufrüsten äh haltbarkeit schade schade wunderbar so dann kloset reparieren dritte reparieren die kleine hat gar nichts zu tun deswegen reparieren reparieren schwerer sandsturm freut man sich da draußen um herzulaufen und zu arbeiten du bist fertig sehr gut reparieren ja ok 97 super verschwendung egal eingehender funkspruch shirley 78 11 7 12 nö äh ein achso mittelgroßes haus apartment habe ich erst gelesen du bist durch dann muss ich das reparieren eigentlich ne dann reinigst du gerade hat gar nichts zu tun du reparierst und füllst auf du ziehst hier erstmal wieder aus hehehe ah oh mh ach das ist so super was ja ich kann das Essen schon wieder nicht mitnehmen Wolle kann ich auch nicht mitnehmen so Zement bleibt hier Essen kommt mit Alter wie viel Essen wir gefunden haben ähm die Knarre muss definitiv auch mit da gibt's was ist jetzt los äh warum kam jetzt gerade die Ladeschnecke so die Glühbirnen bleiben hier die Waffe kommt mit Miss Nagel bleibt hier oh Gott was wolle aber 50 50 wolle was machst du denn gerade achso ok so 46 80 ok müssen wir aber mal wieder reparieren demnächst wenn der Sandsturm vorbei ist ähm der ist jetzt vorbei so kann ich den nein ach hör auf hör auf stopp stopp war zu spät ne ja war zu spät ach ärgerlich ok ähm Haltbarkeit nein hör auf äh Kapazität auf jeden Fall kann ich nicht machen was ist das Effizienz ok warum kann ich Kapazität nicht erhöhen so so haben wir jetzt alles repariert immer noch 70% da frage ich mich übrigens auch noch wo die letzten 30% sind auch noch so ein ungelöstes Rätsel bei mir äh ja keine Ahnung das wächst noch ach oh noch ne Knarre noch mehr Nahrung oh ist das schön oh jetzt muss ich noch ne Knarre mitnehmen ja Bücher haben wir 10 nehmen wir noch ne Knarre mit die können wir theoretisch auch scrappen irgendwann 10 Minuten übrigens noch so die Kleine ist müde gell so Kralle ist durch warum kann ich denn das nicht aufrüsten ach weil mir Transistoren fehlen aber das kann ich doch aufrüsten jetzt gehts auch wieder ein leichter Sandsturm ja ja komm trau dich trau dich mein Kleiner Fremde ansprechen äh alles gut jawoll morgen ja wir handeln mal ok ganz klasse ja er traut sich doch noch ey tut mir wirklich leid mein Kleiner dass du uns als Nahrungsquelle dienen musst halt nicht weglaufen wir bauen gleich ne neue Falle easy halt so wenn du schon mal hier bist reparieren und dann kannst du zurücklegen wow äh wie viel Platz haben wir da eigentlich 7 von 10 19 von 20 Gott alter wir haben keinen Platz mehr einige Pflanzen können geerntet werden also ich glaube auch nahrungstechnisch super sind wir mal sowas von on top gerade wir haben einfach 62 Nahrung gerade hohohoho yeah so die eine muss ich ganz kurz heilen alter scheiße so ich habe irgendeine Errungenschaft weit gereist also puh ja was was soll ich sagen wir sind einfach exorbitant geil ausgestattet gerade so objekt fertigen the brand kam dafür haben wir unseren recycler grosses forest regal ich würde tatsächlich gerne den großen Gefrierschrank bauen und ganz ehrlich ein zweites Solarmodul baue ich mir jetzt auch noch so wo steht denn das hier täglich aber auch 0,6 täglich aber auch Wahnsinn auch 0,6 das hat es ja nicht gebracht anscheinend haben wir den richtigen Teil um das System zu verbessern ja was denn nein 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 die Haltbarkeit halt umdrehen aufrüsten Haltbarkeit und es regnet wir können gleich wieder auf Expedition gehen und zwar auf die große große Tour Richtung der Stadt die uns noch fehlt dessen die hat ein Fleisch geklaut und das obwohl ich daneben stehe das ist doch nicht ihr ernst wie dreist ist man denn ja ähm ja loot dann Expedition plan geht es los ähm die kleine hat Hunger Joyce ja abbrechen Joyce 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 ähm bitte essen nee nicht reparieren essen du sollst nicht reparieren du sollst essen sehr schön so jetzt Expedition plan also Joyce ist super drauf dann nehmen wir mit Melissa und Joyce also Melissa wo ist er bist du Melissa ja genau du isst und dann trinkst du was und dann geht ihr beide bitte los so Joyce Melissa Karte so scheiße gut dann machen wir erstmal die Sachen hier hinten 72 und nehm die Objekte hier gleich mit Schließkassette Schließkassette gut dann gehen wir da auch nochmal lang ja die kleine kriegt wir einen Stein in der Hand ja komm hier ausrüsten ausrüsten alter alter Schwede 6 Feuer also Handfeuer Waffen Pistolen ne Schrotze und ein Gewehr krasse Kacke und noch eine große Rucksack und du bist mit 7 du kriegst das Messer wieder ne Dings du kriegst ditte du kriegst ditte du kriegst einen großen Rucksack und dann sage ich herzlichen Glückwunsch und viel Spaß ein Stein fehlt uns übrigens noch dann können wir die Davids Statue bauen ähm haben wir noch Platz für Fleisch eigentlich nö scheiß Katze machen wir sauber bitte ähm irgendjemand Hunger so ob da irgendjemand was essen hier ess mal bitte was Black Rain so dann holen wir uns mal kurz den Karnickel ja natürlich hat wieder nicht ausgereicht ähm ich glaub mir wird's am Metall fehlen dass ich die großen Dinger bauen kann ähm ja cool danke dass ich den großen Gefrierschrank bauen kann ähm was baue ich denn für den großen ein Gemälde kann ich übrigens bauen gehobene Kunst kann sich beruhigend auf das Gemüt auswirken oh warum geht das nicht hier hin wir können ja jetzt hinsetzen komm wir bauen einfach mal eins wir haben eh zu viele Sachen ähm so das brauchen wir halt nicht mehr Paintings Feuerlöscher Camouflage wäre vielleicht auch nicht schlecht äh das brauchen wir alles nicht Metal Detector hier wie gesagt fehlt mir nur einen Stein das ist der mittlere den großen hätte ich gerne da oh Gott da fehlt's mir an vielen Sachen Rohr, Metall, Scharnier ähm guckt jemand halbwegs gut drauf Laura gehen wir heute duschen und dann machen wir nochmal ein bisschen Frequenzen abhören damit ich noch mal ein paar Gegenstände bekomme ähm was brauchte ich jetzt so genau Metal, Scharnier, Roar Metal, Scharnier und Roar Nylon 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 brauche ich tatsächlich auch gar nicht mal so wenig ok und oh Gott hier fehlt alles ja Hellen hat erhöht Stärke aha ein Gemälde wirkt fertig fehlt auch Metall für neue Dinger was ist jetzt los? achso es kommen Händler morgen Daniel ach man dass man hier nicht sieht wie viel man davon hat das nervt mich tatsächlich ein bisschen ähm so äh Batterien nehmen wir mit die nehmen wir mit die nehmen wir mit ähm so die brauchen wir auf jeden Fall und Seile haben wir ok 74 naja gut können wir ein bisschen fleischlos werden nicht verkehrt so jetzt kommen wieder diese blöden Nachrichten ok ok dann trainierst du auch noch zweimal es regnet schon wieder an der Oberfläche ich kann mit dem Regen langsam nichts mehr anfangen so ähm ganz ehrlich wird die tatsächlich mal losschicken auf eine Mini Expedition bei uns was ist das? die Skalbjäger? aha ok so und zwar gibt es hier Kassetten ja hier gibt es eine Kassette vergraben ach ich hab naja scheiße ich hab ja gar nichts mehr davon die ganzen Sondersachen sind ja gerade unterwegs hm ja muss ich mal machen wenn wir von der großen Expedition wieder zurück sind seid gegrüßt morgen bist du verletzt? nee gibt nie genug Blut ich brauche mehr ich brauche deins oh wir wollen kämpfen sie hat einen Stein in der Hand na dann los geht's ah ja ich ich hab grad ganz kurz überlegt warum ist es so laut eigentlich? ich hab grad ganz kurz überlegt was sie mir geklaut hat aber ja sie hat mir mein Schlagring geklaut jo danke ja Trauma geht auch hoch aber nur leicht man gewöhnt sich langsam dran dass mir andere Menschen tötet das ist doch naja schön nicht wirklich aber achso quatsch ähm naja unvermeidbar so das nehmen wir noch mit das nehmen wir noch mit und dann noch irgendwas für zwei Benzin brauchen wir auch nicht mehr so jetzt danke ich höre netter musst du besucht vorhaben ja so Ort durchsuchen gut sauber machen können wir nicht Kralle müsste Geschick genau gleich erhöhen ja Geschick Stärke sie macht bitte einmal damit sie Geschick erhöht bekommt jetzt regnet es wieder ohne Ende oh schade haben wir schon so noch haben wir erstmal Platz können wir alles mitnehmen sie erhöht Geschick sehr schön Deborah das nehmen wir mit das nicht Nägel ja nein Schalter ja Glühbirn ja Kunststoff jawohl 66 ergo 4 und wir nehmen noch Tierfett so er ist nett großes Regenpass ja wir sind einfach komplett ausgeblutet so zack wieder zurücklegen Eingehender Funkspruch jawohl vielen Dank zurücklegen wir sehen unsere Pflanzen aus verwelkt Pflanzen gießen wächst wunderbar das vergesse ich auch jedes Mal irgendwie krass ich tausche ich tausche etwas von meinem Haar gegen eine Pizza ob er damit so viel Erfolg haben wird keine Ahnung achso der läuft doch einfach weiter er ist gar nicht zu uns auf dem Weg gewesen so also wie gesagt mir fehlen immer noch die letzten drei Werkzeuge und die Teile fürs Auto mal gucken was ich überhaupt stacken kann ein bisschen was ist es ja ok Fernseher alter Fernseher kann ich nicht mal stacken Gläser muss ich mitnehmen hier Recycling bleibt hier äh Recycling Müll weil die Tüte kann auch hier bleiben Schrothaufen kann daraus Metall gewonnen werden sehr gut Kunststoff auch nicht schlecht das hier bleibt alles da diese Früchte und so weiter genauso wie diese Kaffeebohnen die brauche ich eigentlich alle nicht so ich hätte gern Metall und sowas ja Holz nehmen wir mit Wolle lasse ich tatsächlich mal da äh die nehmen wir mit die nehmen wir mit die brauchen wir auf jeden Fall noch ohne Ende Glühbirn haben wir und die Teile haben wir auch erstmal gut 33 so wo ist das Tierfett geht glaube ich schneller wenn ich so rummache so die können wir noch 6 mal benutzen ok so diese blöden Notizdinger die guck ich mir jetzt schon gar nicht mehr an wobei doch ich muss mal Aufgaben haben wir keine ok so 6 6 3 11 2 ok Hausgemachter aktuell noch gar keiner oh schon wieder 4 oh 5 böse böse ich hab Wasser dabei ja also Wasser kommt definitiv raus Mh Nylon oh ja ganz wichtig Nylon Nägel ja der Rest ist eigentlich unwichtig ich hab keine Schaltplatten ne das ist Quatsch also Schaltplatten hab ich definitiv 5 oder so 4 ja gut keine Ahnung warum es manchmal so einen kleinen Fehler gibt ich glaub die Katze ist hungrig Kaserne uh jetzt bin ich gespannt was wir da an Waffen kriegen vielleicht eine Bazooka gregory ok Entspannungsmittel haben wir 3 ist ok so Kunststoff wahrscheinlich ja Glühbirnen nein Seile nein Rubber nein Linsen ja 30 exakt sehr gut 2 flesch raus ab dafür ich war weiter wie oft regnet's denn jetzt ich komm überhaupt gar nicht hinterher das auszugeben das Wasser ok stack mal erstmal Munition muss definitiv mit ok ok der eine Stein ist überlebenswichtig tatsächlich lass ich diesen Zange mal hier Benzin kommt mit Teddybär bleibt hier Munition kommt mit der Müll bleibt hier Schrotze kommt mit jo ok ja ich weiß Kapazität ist schon längst erreicht so nächstes Supermarkt bin ich auch mal gespannt was wir da rauskriegen ah Metall sehr schön Holz, Metall, Batterie halt ja 21 also noch 3 wenn ich habe aber auch ganz exakt sehr schön gut meine Damen und Herren es wird langsamer und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei sheltered dann werden wir noch kurz den Rest erkunden nein nicht planen naja ja alles gut vielleicht sollte ich mir auch einfach mal von allem eine zweite Dings machen also sie sind grad unten in der Stadt und dann geht's hier noch zurück hier machen wir übrigens auch nochmal 3 Schließkassetten auf das wird übrigens auch nochmal ganz ganz böse also kann sein dass da dass wir hier nochmal einiges umändern und rausschmeißen müssen gut werden wir in der nächsten Folge alles erleben bis dahin haut rein ciao tschüss auf wiedersehen inseidur und bis dahin